Come on, I'm sure there's still a few more. Once this fence is patched up, this place will be a fortress. God, can you imagine not having to worry about the walkers anymore? Ah, ohne Gas läuft gar nix, genau, also ohne Benzin. We might need food, but the St. Johns need gas, too. Not many drivers these days, Lee. We could scrounge up a year's worth of gas, easy. So what's your take on the brothers? They seem to have this place tied down pretty well. What do you mean by that? I don't know, they seem decent enough. I just want you to know that I've got your back if anything goes down. That's all. Thanks. There's another one. I see it. Irgendeiner lebt auch von denen noch. Ich warte nur drauf, bis jetzt einer hier wieder zum Leben erwacht. Oh, Push-Zombie. Die geht steil. Weil der Zaun da schon kaputt war, ne? Scheiße. Ja. Oder so. Kann man's natürlich auch machen. Huh? Huh? You never get used to the smell, do you? Heh heh. Nope. Christ. I can't stop thinking about dinner. Thanks for the rations earlier. It's not easy eating in front of the kids, but... It's all that's keeping me on my feet right now. Huh. Just try to focus on the task. Good ol'. They knew what they were doing. Teasing us with food and then giving us chores. Uh, having a good meal will be worth it. Come on. I think I see where they're getting in. This one must have knocked it over trying to get through. He's tangled up in there pretty good. Come on, help me get this thing back in place so we can get Mr. Crispy off of here. I think we can get better leverage from the other side. Good idea. If you're waiting for that guy to help, it ain't gonna happen. Come on. Yeah, yeah, chill mal. I just want to be sure to go. Can I help you? Ah. 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 Mal gucken, ob der nicht gleich nochmal aufwacht. Hey Kollege, ja? We're so bastards in the woods, Mark. I'll be alright once it's out. Vimses are all. God damn pets. Why the hell would he turn the fence on? He knows we're out. Hey y'all. Mark. Oh my god. What happened? He got shot with an arrow. Christ, are you gonna be okay? Yeah. What the fuck? Was geht nur ab, ey? I should just... Look it out. Oh no, honey. Come on. Brenda's got you. Come on inside now. We'll have you all sorted out. Where? Who the fuck is that? What kind of shit is this? We ran into some people on the way up here. And it's our only way out. I think it will soon get attacked us. Scheiße. We killed a bunch of our farmhands. We were able to get them to stop by making a beef. Come on. You knew about these people? Food for protection. Ah, yeah, 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 yeah. What can we do here again? But they did stop hassling us. Let's go there. That thing here. First of all. Okay. Then. Let's die. Let's die. Shut up. Or something. Let's die. And then we could get that. Never had them screwed up. Given like this. Listen. We may have had an agreement with those people, but we will not stand for this shit. Ah. What? You know where these asshole's are? I want to. They're hard to pin down and I think I know where at least one of their camps. When you ready to go scope out that Bani camp, come find us. Ah, super. Ein Traum. Traumjob hier. Und weiter geht's. Und da liegt der nächste im Weg. Ach, geil. Ja, eben. Nee, das will ich nicht machen. Ich bin gerade ein Leben von denen. Ach so, das ist das Leben. Wollt ihr drumher? Sag ich doch. Kigget! Kigget! Oh, okay. Dann müssen wir ja. Oh, 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 oh. What the fuck? Come on, Doc. Scheiße. Schleudert ihn doch um den Sound hier. Ja, ja. Any time. Die andere Hälfte lebt noch. Ach, die Kacke. Ich krieg die Krise, ey. Oh, 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 oh. Fuck, ey. Ah, Dreck, er beeilt dich doch. So. Jawoll. Habt ihr mir gefallen mitzutaten. Was heißt out? Eher in. Lass mal inside gehen. Und wir haben den Sound offen gelassen. Na gut. Holy shit, holy shit. Wer war das denn jetzt hier? Lee, was ist passiert? Uh. Es war ein verdammter Ambush. Ja. Holy shit, are you okay? Bandits? Hier? Auf unserer Wohnung? Oh, mein Gott. Was ist passiert mit dir, sweetheart? Was sind die Basterde in den Wald, Mama? Ja. Ich bin okay, wenn es rauskommt. Verdammt, es tut. Hey, y'all. Oh, fuck, die sind schon alle da, oder was? Ach, der muss ja wieder anfangen, hier rumzumaulen. Bandits, I guess. Ich denke, es war sie, die attacken uns. Sie haben uns ein paar Probleme in den Beginn. Sie hat ein paar von unseren Farmhand. Wir konnten sie aufhören, um zu machen, um ein Deal zu machen. Was Sie tun, um diese Leute zu machen? Food für protection. Nicht wie wir hatten vieles für eine Chance. Aber sie haben uns verhörteren. Goddammit. Carly hat gesagt, dass das Ort festhalten ist. Oh, mein Gott. 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 Hm, super. So, was er? Bandits? Are you serious? If this place isn't safe, we can't stay here. Not safe? This place is a hell of a lot safer than that Motoring. I think all of us and our guns can handle a couple of punks with bows and arrows. Yep. What we need to do is find a way to get our whole group out here to stay. Take this place over if we have to. Oh, cool your jets there, Rambo. We're the nice people. Let's not do anything to get us thrown out before we eat. I'm going to head out and help Dan deal with these bandits. You guys should try to make friends with Andy and Brenda while I'm gone. Well, that's easy. I got charm coming out of my ass. Yeah, that's real charming, Dad. Where's Ben and Carly? Since Carly and Ben ate some of the food on the way to get us, she volunteered to stay behind and watch the motor end until we get back. Nein. Die sind ja zu zweit im Hotel geblieben, oder was? Hey, I remember seeing kids in your group, so I went ahead and fixed it. that swing while you were out. I hope you kids like swings. A swing. I love swings. Just like at my treehouse. Come on, Doc. Why don't you kids go and play on the swing, huh? Scheiße. Da fällt mir gerade ein, ich wollte nur noch die Mütze von der Klemmtörn suchen. Völlig verrafft. So ein Kack. Ah. So, ja, und wir chillen jetzt einfach hier, während die anderen uns überfallen haben eben. Oder wie war das? So, wir gucken uns nochmal hier alles etwas genauer an. Vielleicht gibt es ja jetzt was Neues. Zum Beispiel hier unten. So, was... Ja, und die Mütze von Little Clementine werden wir wohl auch nicht mehr so schnell bekommen. Ich weiß ja nicht, ob wir noch mal in dieses Motel da zurückkommen. Ah ja, jetzt können wir uns hier mal ein bisschen weiter umschauen. So, da liegt ein bisschen Stroh rum. Die Zombie-Kuh oder wie? Oh, was ist da hinten? Da kommen wir nicht hin, hm? Aha, aha, aha. Kommen wir da in den Stall rein? Oh ja. Ja, mach das doch mal auf, das Ding. Will er nicht. Shit. Ja, muss man mal gucken, ob das noch zum Problem wird hier mit den Banditen. Aber ich denke mal, wir werden nochmal hier vorbeischauen. Auf unserer tollen Farm hier. Oh, das heißt hier Unsere Farm. Wo hat er den anderen da? So. Schauen wir doch mal. So, mit dem will ich eigentlich überhaupt nicht mehr reden. Guck schon mal, was seine Tochter da sagt. Lee, oh mein Gott, I'm so glad you two didn't get killed out there. Do you think Mark will be okay? Wish I knew, but I think he's in good hands now. Yeah? It's not too bad? They'll be fine. I've seen guys go through worse. How could you all bring us to this place? Hmm. Oh, wir sind nicht unter Zeitdruck. Ach, nee, über den will ich nicht mehr sprechen. Ich denke, du und Kenny haben nicht genau auf dem Weg hier gewonnen. Ich habe versucht, Dinge aus seinem Punkt zu sehen, eine Frau und ein Kind zu haben und alles zu haben. Aber es ist mit deiner Familie, wenn du mich gefragt hast. Lee, ich weiß, du und Kenny sind Freunde. Aber du kennst, dass er nicht die richtige Person ist, um diese Gruppe zu führen. Don't you? Ach. Ja, irgendwie müssen wir doch alle mal zusammenarbeiten, oder? Ich weiß nicht, so mit einem Anführer, das ist... Das ist ja quasi eine Diktatur hier. Ja, hier kommen wir nicht weiter. Dann gehen wir doch mal zurück. Ich hoffe, wir haben hier nichts übersehen. So, und das Ding läuft jetzt, so der wie. Gut, 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 gut. So, gehen wir nochmal zu Little Clementine. Auf der Schaukel. Ne, da sitzt der andere. Daco, der wieder heißt. Hey, Clem, du möchtest den Schaukel? Ja, es ist Spaß. Be sicher, zu sagen, Andy, danke dir, okay? Ich will. Will du mich auf den Schaukel? Ja, klar. Ich bin froh, dich auf den Schaukel. Minder, wenn Clementine eine Turnier macht? Okay, Duck, lass Clementine mal ein bisschen probieren. Okay. So, es gibt wieder Pluspunkte auf dem Konto von Clementine. Ah, wie geht's denn dir überhaupt? Ach, Clementine. Ach, Clementine. Oh, Anlügen, oder nicht? Hm, ich bin nicht sicher, Clem. Ich hoffe so. Ich hoffe so, auch. Geh, weißt du, wir sind sicher hier jetzt. Als ob die schlechten Leute mir nicht zu geben, oder? Ich lasse, was von Mark passiert, mit dir. Ich versuche. Ich versuche. All right, Clem, that's enough for now. Okay, thanks for pushing me. Of course. It's all yours. Yeah! Okay, Duck, don't pop a gasket. Ach, so, wollen wir hier ein Candy nochmal anhauen? So, wo läuft das Netz hin? Ach, einmal außenrum. Die große Runde. Mal eine Erdenrunde gedreht. Hey. Hey, Lee. Found anything interesting? I'm just trying to make sure this place is secure. In case we decide to make this a more long-term solution. Except for those people in the woods, seems pretty safe. Good to know. Keep your ears open for anything else that might help us. Da-da-da-da-da. Ja, ist schon klar. Mit einem Essen bist du uns endlich stolfen. Wie bist du hier? Wie kann ich ein paar Scheiße über, was Lilly taugelte? Duck und Katja brauchen Electronic souvenicks. Und ich bin nicht bereitgestellt, dass ich bei mir hier reinsteigte. Und ich will nicht auf den Motor Motorraden und遊ę ihn fach. Du bist mit mir auf das, was du? Ja? Danke.